«Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Das Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Heute ist bei mir ein Mann zu Gast, der früher gerne mal seine Gegner auf die Matte legte und heute lieber seine Kunden vor Angriffen schützt. Ralf Wintergerst war eines Europameisters im Karate und führt jetzt das milliardenschwere Familienunternehmen Giesige & Devrient, einen der grössten Banknotenhersteller der Welt und Spezialist für sicheren Zahlungs- und Datenverkehr. Ein Geschäft, in dem es auch um die Verschlüsselung von Geheiminformationen im Kanzleramt geht, in dem es… Okay, okay, ich höre jetzt auf mit Spoilern. Ich würde zuerst mal Hallo sagen, Herr Wintergerst. Schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo Herr Balzli. Ich grüsse Sie. Ja, bevor wir so richtig loslegen, müssen wir uns zuerst mal über Fitness unterhalten. Das gehört beim Chefgespräch schon beinahe zum Standard. Ich hatte hier vor wenigen Tagen Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu Gast. Der hat während seines Corona-Hausarrests seine Handel neu entdeckt. So richtig sehe man noch nichts, aber es fühle sich schon besser an, meinte er. Herr Wintergerst, bei Ihnen stelle ich mir das deutlich professioneller vor. Sind Sie so der Typ, der schon morgens um fünf Gewichte stemmt und auf der Rudermaschine sitzt? Also so früh stehe ich nicht auf, allerdings bin ich tatsächlich ein Frühaufsteher. Ich muss gestehen, dass ich meistens so um sechs Uhr auf bin und der Weg dann vom Badezimmer über die Küche ins Arbeitszimmer ist ja recht kurz, also weil die Arbeitsstrecke, der Weg zur Arbeit schlichtweg fehlt. Und dann ist es oft so, dass ich dann einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten ein paar Fitnessübungen einlege und dann in den Tag starte. Und ich muss gestehen, es gefällt mir wirklich gut. Bringt Ihnen eigentlich Ihre Karate-Karriere heute noch was fürs Management? So mal abgesehen davon, dass sich Ihre Vorstandskollegen natürlich nicht trauen, Ihnen zu widersprechen. Aber ansonsten, wie würden Sie das sehen? Also ob die sich jetzt nicht trauen, zu widersprechen, würde ich bezweifeln. Das tun sie und das müssen sie auch. Sie sind sehr lebensmühe, oder? Das wäre unheimlich schlecht fürs Unternehmen, wenn wir keine Dispute hätten und keine Diskussionen hätten in den Meetings. Aber habe ich was mitgenommen aus meiner alten Karriere in diese Karriere, wo ich jetzt eingestiegen bin? Also ich glaube, eins habe ich mitgenommen. Wenn wir jetzt gerade die Situation anschauen, in der wir sind, wo es eigentlich keine Blaupause gab, wo es keine Idee gab, was passiert jetzt eigentlich, wie organisieren wir uns? Trotz aller Notfallpläne erinnere ich mich an eine Situation, die wir früher vor großen Wettkämpfen hatten. Es waren dann auch manchmal Psychologen dabei und die haben gesagt, wenn du auf die Matte gehst, halt deine innere Sprache im Gleichgewicht. Werd nicht zu negativ und werd nicht zu positiv. Wenn du zu positiv bist, dann läufst du in die Konter deiner Gegner rein, weil du übermittig bist. Und wenn du Angst hast, sieht man es dir sowieso an den Augen an. Also bleib genau in der Mitte. Und dieses genau in der Mitte bleiben in einer Krise ist, glaube ich, extrem wichtig. Und so grundlegend habe ich das Gefühl, dass ich hier ziemlich auch in der Krise in meiner Mitte bin, mich in meiner Mitte fühle. Und mir das auch wirklich hilft, mich auf die Sache zu konzentrieren, die wir bewegen können. Denn man kriegt ja Informationen, die gar nicht mehr aufhören. Man muss schon seinen eigenen Weg finden und seine eigene Lösung für das Unternehmen, damit man vorwärtskommt. Und wenn ich glaube, das habe ich mitgenommen. Ich sehe schon, Giesig und Devrient wird demnächst auch Management-Coach-Seminare anbieten. Wir wollen uns heute ja über die Folgen der Corona-Krise unterhalten, über den Umgang mit Geld, Bargeld, den Technologiekrieg zwischen China und den USA und darüber, wie gut Deutschland gegen die Bedrohungen aus dem Netz geschützt ist. Aber Herr Wintergerst, am Anfang ein kleines Quiz mit Ihnen. Welche Verschwörungstheorie kennen Sie? Keine. Sie kennen keine? Damit beschäftige ich mich gar nicht. Also ich muss gestehen, dass ich die völlig ignoriere und auch gar nicht anschaue. Meine Konzentration, vielleicht ist das auch die Vergangenheit aus dem Kampfsport, ist ganz auf das Unternehmen gerichtet, ganz auf das, was wir tun müssen und vor allem auf das, was wir in einer solchen Kriege bewegen können. Und da hilft mir keine Verschwörungstheorie. Es gibt ja ein paar Bekannte, oder? Die Mondlandung hat nie stattgefunden. Elvis Presley lebt. Das sind noch so die harmloseren Geschichten. Aber erschreckenderweise, und darum komme ich mit dieser Frage, erschreckenderweise glauben immer mehr Deutsche in diesen Corona-Zeiten, dass Milliardäre wie Bill Gates und Magistraten wie Angela Merkel das Volk manipulieren, Corona gar als Vorwand für die Unterdrückung der Freiheitsrechte missbrauchen. Manche behaupten gar, Corona sei erfunden worden, um das Bargeld abzuschaffen, also ihr Kerngeschäft. Darüber sprechen wir später noch. So ein Denken können Sie nicht nachvollziehen oder sich erklären, oder? Ne, und ich glaube, es wäre auch nicht wirklich gut verwendete Zeit, sich damit zu befassen. Zumal, wie soll man das irgendwo auch nachprüfen können? Also ich habe keinen persönlichen Kontakt zu Bill Gates, zu Frau Merkel schon, aber da muss ich sagen, da fasse ich mich wirklich nicht mit. Genau. Warum frage ich Sie das? Weil Ihre Firma laut Eigenwerbung ja die Daten der Regierung schützt. Sie arbeiten also genau in dem Milieu, in dem sich die meisten Verschwörungstheorien abspielen, so im hoch sind, lieber im Bereich. Es geht um Geheimhaltung, Verteidigung, Kontakte zu Nachrichtendiensten, Verschlüsselung. Funktioniert diese Welt eigentlich nach ganz anderen Gesetzen als die normale Geschäftswelt? Nun, ich glaube, Regierungsgeschäft, Regierungen haben den Auftrag, das Beste für ihr Land zu tun. Und ich glaube, man kann über die deutsche Regierung sagen, dass sie das auch wirklich mit aller Kraft versucht. Also das würde ich auch so stehen lassen, dazu würde ich auch stehen. Dazu habe ich auch Vertrauen in unsere Verfassung, in die Gesetze, die wir haben. Ob jetzt Datenverschlüsselung der Hauptteil des Regierungsgeschäftes sind. Nun, es ist ein Teil vielleicht, der aus der Historie entstanden sind, dass man eben halt auch Bescheid wissen muss, wer man sich verteidigen muss, dass man halt einfach alle Informationen zusammen hat. Und dass man Informationen, die sensibel sind, Dinge, die man plant, über die noch nicht jeder Bescheid wissen muss, dass man die halt auch schützt. Und das ist, glaube ich, ein legitimes Interesse, dass wir nicht nur Regierungen haben. Das habe ich auch als Chef eines Unternehmens. Also ich möchte auch nicht, dass die Kronjuwelen, also unsere Kundendaten, unsere Vertragsdetails an jemand anderen gehen. Und als Privatperson, muss ich gestehen, habe ich das ja auch. Ich möchte auch nicht, dass jemand in meine Konten schaut oder irgendetwas schaut, was vertraulich nur für mich ist. Also ich denke mal, es gibt ein legitimes Interesse, dass Sachen, die nur einen selber was angehen, ob es eine Regierung ist, ein Unternehmen ist oder eine Privatperson, geschützt bleiben. Aber das Geschäft ist ja schon ein bisschen speziell, das Regierungsgeschäft. Nehmen wir kürzlich diesen aufgeflogenen Krimi, den Sie sicher auch kennen, um die Schweizer Verschlüsselungsfirma Crypto AG. Die wurde in den 90ern heimlich vom US-amerikanischen Geheimdienst CIA übernommen. Über 100 Länder erhielten Dechiffriermaschinen, bei denen die Amerikaner mitlesen konnten, mit Wissen des Bundesnachrichtendienstes. Also kein Wunder, gibt es Verschwörungstheorien, oder? Das mag vielleicht zur Entstehung beitragen, aber schwierig zu kommentieren, würde ich mal sagen. Eine konkrete Frage, welche konkreten Dienstleistungen bietet denn Ihre Firma den Regierungen eigentlich an? Ja, also vielleicht, welche Kunden haben wir? Wir haben sehr viele Regierungen, wir arbeiten auch sehr, sehr viel mit Zentralbanken dieser Welt zusammen, Geschäftsbanken, Telekom-Unternehmen, aber auch mit den grossen Tech-Firmen, also wie Apple, Google, Samsung oder auch Automotive-Kunden. Der Unterschied zu den Regierungskunden und zu den Zentralbanken ist natürlich, dass die über ihre Produkte nicht ganz so viel reden, weil über Pässe, Ausweissysteme, Geld, digitale Transformation oder digitale Verschlüsselung, das sind keine Themen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das sind Dinge, die halt unsere Kunden brauchen, um ihr Geschäft zu betreiben. Und in diesem Sektor bieten wir unseren Kunden entweder fertige Produkte an. Das kann beispielsweise Bargeld sein für die EZB. Das können Pässe, Ausweissysteme, Grenzkontrollsysteme für Länder sein, für komplette Länder, dass man ein ganzes Land damit ausstattet. Und das können Digitalisierungsleistungen sein, wie beispielsweise, dass man einen physischen Führerschein in einen digitalen Führerschein transformiert, der dann über die mobile Applikation von der Polizei gelesen werden kann, ob das auch wirklich ein echter Führerschein ist. Und all das bieten wir in verschiedenen Modellen als Produktgeschäft oder als Dienstleistung an unsere Kunden an. Und Sie verschlüsseln unter anderem die Kommunikation im Kanzleramt. Ist das so? Genau. Also was wir machen, ist, dass wir Produkte und Dienste zur Sicherung der Kommunikation herstellen. Das heißt, wenn es um Verschlusssachen geht, wie man so schön in der Sprache dort sagt, dann verschlüsseln wir diese Dokumente und diese Inhalte. Und erst an dem Punkt, wo es angekommen wird, wird es dann wieder entschlüsselt und man kann dann lesen. Und das nutzt zum Beispiel die deutsche Regierung in verschiedenen Ämtern, in verschiedenen Ministerien für den Versand und für die Verschlüsselung ihrer geheimen Dokumente. Das Handy der Kanzlerin haben Sie dann nicht geschützt, oder? Weil die NSA hat das ja abgehört. Das war dann nicht Ihr Produkt, oder wie? Nein, das war nicht unser Produkt. Aber Sie hätten es natürlich verhindert, wenn Sie den Auftrag gehabt hätten. Nun, die Informationssicherheit ist natürlich, sagen wir mal, sehr stark segmentiert. Und wir fokussieren uns auf den Themenbereich von sicheren sogenannten Workflows, also Arbeitsprozesse, die man verschlüsseln muss, und auch Dokumente, die man verschlüsseln muss. Und das ist ein sehr spezieller Anwendungsbereich. Also das heißt, wenn das Auswärtige Amt etwas an die Botschaften schickt, dann wird das halt über unsere Technologie gemacht. Und das recht flächendeckend. Und das ist das. Also das betrifft jetzt nicht die mobilen Endgeräte. Aber mobile Endgeräte nehmen natürlich zunehmend Mass auch in diesen Dingen, dass wir uns auch mit diesem Thema befassen. Eben halt das Handy sicherer zu machen. Kann denn eigentlich Ihre eigene Firma in diesem Kryptogeschäft, wie man es, glaube ich, so ganz salopp nennt, noch mithalten? Viel Know-how ist ja ins Ausland abgeflossen. Ich glaube, die Bundesdruckerei hat den Spezialisten Genua weggeschnappt. Wie hält man da noch mit in diesem Rennen? Nun, erstmal glaube ich, dass es in Deutschland eine recht gute IT-Sicherheitstechnologie-Szene gibt. Und dazu gehört auch die von Ihnen genannte Firma Genua, die zur Bundesdruckerei gehört. Aber sie sitzt ja in Deutschland, sitzt in der Nähe von München. Die Genua macht Produkte, die unser Portfolio etwas ergänzen. Sie geht mehr in den Industriesektor. Wir sind mehr im Regierungssektor. Weil die Sicherheit ist ja nicht nur im Regierungsgeschäft, sondern auch bei kritischen Infrastrukturen und auch bei Industrieunternehmen notwendig. Und so ergänzt sich das. Und so gibt es noch mehrere Unternehmen in Deutschland, die sich mit den Themen befassen. Das Geschäft in Deutschland ist natürlich speziell auf die deutschen Erfordernisse zugeschnitten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, legt natürlich auch Wert auf Spezifikationen, die erfüllt werden müssen, prüft das Ganze. Und gegen diese Spezifikationen entwickeln wir auch die Produkte, die dann in Deutschland ausgerollt werden. Das heisst, dieses Geschäft ist nicht so sehr international und wir nehmen auch keine internationalen Entwickler für die Entwicklung von Produkten in Deutschland rein. Das ist also IT-Sicherheit made in Germany. Wenn ich mir das so als Laie vorstelle, dann hört man immer wieder die Befürchtung, ja jetzt kommt dann der Quantencomputer und die werden eh alle Codes knacken und dann könnt ihr das vergessen mit dieser Verschlüsselung. Wie gross ist die Gefahr? Und haben Sie da schon eine Antwort drauf? Ja, also bevor ich auf den Quantencomputer komme, lassen Sie vielleicht ein Beispiel nehmen, wie das eigentlich ist mit der Informationssicherheit. Nehmen wir das Bargeld. Seit es Bargeld gibt, gibt es Fälscher. Es gab immer welche, die das Interesse hatten, ein System zu knacken und irgendwie zu infiltieren und den eigenen Vorteil rauszuziehen. Aus welchen Gründen auch immer, seien es politische oder einfach nur schlichtweg kriminelle. Und dann kamen Firmen wie G&D und haben gesagt, gut, wir machen das Bargeld sicherer und wir entwickeln sogenannte Sicherheitsmerkmale und Messtechnik dazu, um das Bargeld sicherer zu machen. Deswegen ist Bargeld heute auch eines der sichersten Bezahlmethoden überhaupt. Und das Gleiche muss man sich vorstellen in der IT-Sicherheit. Es gibt immer welche, die irgendwie mitlesen möchten, die Daten für sich nutzen möchten, die Transaktionen beeinflussen möchten. Ob das jetzt staatliche Interventionen sind oder rein kriminelle oder terroristische Aktionen, das ist irrelevant. Es ist immer ein Wettlauf. Und diesem Wettlauf muss man dadurch entgegentreten, dass man immer weitere Technologien entwickelt. Genau das machen wir als Unternehmen. Das ist das gleiche Prinzip wie bei den Banknoten, beim digitalen Bezahlen, beim mobilen Bezahlen, eben halt auch in der IT-Sicherheit. Wir entwickeln das weiter, um es immer sicherer zu halten. Und die Quantencomputer sind sozusagen ein nächster Sprung auf eine Technologie-Ebene, die natürlich, da es ja alles mathematische Schlüssel sind und wenn der Quantencomputer sehr schnell rechnen kann, natürlich einen Vorteil hätten, dass sie die Algorithmen schnell auslesen könnten. Deswegen befassen wir uns als Firma heute schon mit dem Thema, wie baut man denn die Kryptografie für die Quantencomputer? Also die sogenannte Quantenkryptografie, um eben halt, wenn die Quantencomputer kommen, auch eine entsprechende Verschlüsselungstechnologie hat. Und das machen wir nicht alleine. Da gibt es mehrere Firmen, mit denen wir das zusammen machen, die auch hier aus Deutschland kommen. Das sind Forschungsprojekte, in denen wir uns befinden, um eben halt genau solche Themen anzugreifen. Wie würden Sie denn den aktuellen Hackerschutz der Bundesregierung einschätzen, auf einer Skala von 1 bis 10? Also die Skala fällt mir ein bisschen schwer zu machen, aber ich würde sie hoch einschätzen. Ich würde sie hoch einschätzen, weil die Bundesregierung und die entsprechenden Behörden dahinter sehr, sehr früh begonnen haben, sich mit diesen Themen zu befassen. Also die IT-Sicherheit ist ja nicht erst seit gestern da, schon seit über 20 Jahren. Man hat diese Technologien Zug um Zug entwickelt und immer weiter entwickelt, sodass sie auf jeden Fall am oberen Ende der Skala steht. Und ich glaube, dass wir in jedem Fall in Deutschland besser sind, als die meisten denken. Was ich Sie noch fragen wollte, wir waren jetzt bei der Bundesregierung, Bundestag, ein wichtiges Thema und dann gehen wir dann weiter weg von diesem Regierungsthema, ist ja auch noch die Bundeswehr. Die letzte Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen, wollte ja die Armee so eine Art Hacker-Schreck umbauen und da massiv aufrüsten in diesem Cyber-Security-Bereich. Jetzt Insider sind da eher ein bisschen lächelnd unterwegs, wenn man Ihnen das erzählt. Also die sei noch sehr weit weg vom Level, auf dem man sein muss. Wie schätzen Sie denn so die Schlagkraft der Bundeswehr ein in diesem Bereich? Die Bundeswehr hat ja eine vierte Gattung gebildet. Neben den drei traditionellen gibt es jetzt auch eine Cyber-Einheit, wo quasi alle IT-relevanten Themen gebündelt worden sind, um die Informationstechnik, die ja auch im Bereich von Armeen eine grössere Rolle spielt weltweit und hat im Kern damit auf internationale Bemühungen, die andere Bundeswehren in Anführungsstrichen ja schon gemacht haben, reagiert. Also von daher, denke ich, hat man genau den richtigen Schritt gemacht, die Bundeswehr anders aufzustellen und neu aufzustellen und auch die Fachleute reinzuholen, die dort eben halt tätig sind. Und man befasst sich sehr viel mit dem Thema der digitalen Sicherheit in den Verteidigungsumfeldern. Aber spielt man auf Augenhöhe mit anderen Armeen? Würden Sie das unterschreiben? Ich bin kein Bundeswehrexperte, deswegen kann ich das sehr schlecht sagen, weil ich ja nicht aus dem Verteidigungsbereich komme. Ich weiß, was im Bereich von IT-Sicherheitstechnologien möglich ist. Und da sage ich mal, glaube ich, dass Deutschland, und Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, es geht ja nicht nur um G&D, es geht auch um die anderen Unternehmen, die dort tätig sind, eine ganz gute Landschaft haben, in die auch hinein investiert wird und in die auch öffentlich hinein investiert wird, damit dort genügend Produkte entstehen können. Wir sind bei Regierungsaufträgen, das ist ein Teil Ihrer Firma, es haben viele private Aufträge. Jetzt habe ich bei anderen Firmen gesehen, wer viele Regierungsaufträge hat, hat es in dieser Corona-Zeit ein bisschen einfacher. Wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Haben die ein bisschen kompensierend gewirkt oder hat sie die Corona-Krise jetzt voll getroffen? Was ist der Status in Ihrer Firma gerade? Also die Regierungsprodukte, oft die Bürgerdienste, die finden ja statt, ob jetzt eine Krise ist oder auch nicht. Also wenn Menschen Ausweise brauchen, um ihre Identität nachweisen zu können oder Führerscheine. Das ist temporär etwas runtergegangen, weil manchmal auch die Behörden geschlossen waren. Also das sehen wir jetzt gerade auch sehr stark in den USA. Die ganzen Führerscheinstellen waren temporär zu, öffnen jetzt wieder und dann werden natürlich weniger Produkte abgenommen. Aber das Geschäft fällt grundsätzlich zunächst einmal nicht weg. Es existiert immer noch. Wo es uns gerade ein bisschen schwerfällt, unserem Projekt nachzukommen, ist über die Einreisebeschränkungen in größere Länder. Wir haben beispielsweise ein großes Projekt in Bangladesch und momentan ist nicht daran zu denken, dass unsere Kollegen nach Bangladesch fliegen können, um das Projekt weiter fortzuführen. Jetzt haben wir Gott sei Dank in vielen Märkten auch lokale Partner, die uns helfen, das Geschäft dann weiter zu betreiben. Also wenn wir in Bangladesch beispielsweise Systeme und Vorrichtungen installieren für die Grenzkontrolle oder für die Herstellung von Pass- und Ausweissystemen, dann ist das natürlich momentan nur verzögert möglich. Die Aufträge fallen also grundsätzlich nicht weg, so wie das teilweise im Konsumentengeschäft, im Automobilsektor ist, sondern die verzögern sich. Deswegen merken wir das natürlich, aber diese Projekte werden in ihren Teilinhalten natürlich nachgeholt und fallen nicht weg. Aber was würden Sie sagen, auf welchem Level arbeiten Sie jetzt verglichen mit vor der Corona-Zeit? Also in einigen Segmenten, wenn ich jetzt mal alle unsere Segmente durchgehe, dann arbeiten wir auf einem normalen Niveau. Beispielsweise ist die Nachfrage nach Bargeld sehr hoch. Also es wird zwar sehr viel spekuliert und sehr viel geredet, dass der Abschied des Bargeldes jetzt ganz nah ist. Ich kann das leider nicht bestätigen. Das Bargeld erfreut sich bester Gesundheit in Covid-Zeiten und hat eine Nachfrage, die wirklich sehr, sehr hoch ist. Wir kommen kaum mit unseren Produktionen nach für unsere Kunden, die das eben halt erhöht nachfragen. Also dieses Geschäft ist überhaupt nicht beeinflusst. Und das Geschäft mit dem Regierung, ja vielleicht, ich kann das jetzt auch noch gar nicht in eine Zahl fassen, weil das Jahr noch nicht zu Ende ist. Wir versuchen das ja auch Monat um Monat zu evaluieren. Also das Niveau ist nicht runtergegangen, aber ich würde sagen, die Projekte, die verschieben sich alle so vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr. Zwischen drei und sechs Monaten, neun Monaten können die sich verschieben, aber sie fallen nicht weg. Und so im Bereich Automobilzuliefer, da haben Sie sicher harte Einbrüche, nicht an, oder? Ja, also wir haben einen ganz speziellen Bereich, das Bereich der sicheren Verbindung zu Netzwerken, traditionell über diese sogenannte SIM-Karte und die sogenannten E-SIM-Systeme, denn die sind ja auch heute alle im Auto. Also jedes Auto, das man kauft und anschaltet, verbindet sich ja sofort zum Netzwerk. Und das ist natürlich sehr, sehr stark zurückgegangen mit der einfach nicht mehr stattfindenden Produktion im Automobilsektor. Wir merken natürlich auch, dass Firmen wie Apple oder auch Google weniger Telefone und Smartphones verkaufen. Das merkt man schon, also das ist ganz deutlich. Aber es ist immer noch ein sehr hohes Grundniveau. Und ein Bereich, den wir jetzt gar nicht merken, um das nochmal abzuergänzen, ist die Nachfrage nach Kryptotechnologie und Sicherheitstechnologie, über die wir jetzt auch schon länger gesprochen haben. Also da ist die Nachfrage auch sehr hoch und da sind wir eigentlich auch eher auf einem Niveau unserer ursprünglichen Planung, vielleicht sogar darüber hinaus. Das ganze Homeoffice-Thema pusht ja eigentlich diesen Bereich noch mehr, oder? Ich meine, wenn jetzt alle von zu Hause arbeiten, wird es ja noch so ein bisschen komplexer, die Cybersecurity aufrechtzuerhalten. Was muss ich mir eigentlich vorstellen? Wie oft wird eigentlich Giesig und Devrient so angegriffen pro Tag? Sie sind doch ein Traum, Sie sind doch ein Traumziel für den einen oder anderen Geheimdienst, oder nicht? Ja, die Frage traue ich mich immer nie zu beantworten. Aber hier dürfen Sie, wir sind ganz unter uns. Wir sind ganz unter uns. Ganz unter uns. Ja, wenn man diese Frage immer beantwortet, wir werden nie angegriffen, dann sagen die alle, jetzt müssen wir es erst recht versuchen. Aber ich kann sagen, dass wir eigentlich gut gerüstet waren für diese Homeoffice-Geschichte. Denn wir sind ja eher noch so, dass wir alle im Büro gearbeitet haben. Und ich erinnere mich noch genau an den, am 19.03., bevor diese ganzen Schließungen und das Zurückfahren und die Homeoffice-Empfehlungen ganz stark ausgesprochen werden, haben wir einen Testtag gemacht fürs Homeoffice und haben alle Mitarbeiter wirklich ins Homeoffice geschickt, an so einem Standort in München hier. Also nicht in den Produktionen, sondern an den Verwaltungsstandorten. Und am 20.03. traten dann diese ganzen Beschränkungen in Kraft und dann waren alle weg. 90 Prozent waren weg. Nur noch ein paar Sicherheitsleute waren hier und ein paar Leute, die in bestimmten Labors arbeiten, die halt nicht von zu Hause arbeiten dürfen, sondern nur in bestimmten Umgebungen arbeiten dürfen. Und wir haben vor zehn Jahren schon etwas eingeführt, das nennen wir unseren Global PC One. Das ist ein standardisierter PC, ein Laptop mit einer sogenannten Zwei-Faktor-Authentisierung, also sozusagen eine digitale Zugangskontrolle für die Umgebung von G&D, von der man von außen zugreifen kann. Und die hat uns natürlich geholfen, dass wir unsere ganzen Applikationen auch vom Homeoffice in der gleichen Sicherheitsumgebung weiter betreiben konnten. Also das heißt, wir haben keine Veränderung von der Vor-Corona-Zeit zur Corona-Zeit gesehen, weil wir eben halt schon diesen Standard hatten und schon seit über zehn Jahren. Und deswegen konnten auch alle relativ schnell ins Homeoffice gehen. Viele haben sich vorher beschwert, dass das ja alles so umständlich sei mit dieser Zwei-Faktor-Authentisierung und diesen Sicherheitsschildern dazwischen. In solchen Situationen haben wir natürlich gesagt, Gott sei Dank haben wir es gemacht. Und Gott sei Dank haben auch alle unsere IT-Systeme gehalten. Also es war der beste Praxistest für die eigenen Sicherheitslösungen, den wir haben konnten. Das war jetzt sehr spannend, Herr Wintergeist. Aber meine Frage, sind Sie ausgewichen? Was muss ich mir denn annäherndweise, was muss ich mir denn vorstellen? Wie oft wird man angegriffen? Ist das 100 Mal pro Monat? Oder das heisst ja nicht, wenn man angegriffen wird, dass die Leute Erfolg haben. Aber dass man so ein Gefühl kriegt. Ja, das Gefühl kann ich Ihnen jetzt leider nicht ausdrücken in Zahlen, Daten und Fakten, weil diese Zahlen geben wir auch nicht heraus, weil es, glaube ich, nur animieren würde, dann noch mehr zu tun, respektive, das möchten wir auch gerne so lassen, wie es ist, dass es eigentlich auch keiner weiss. Da fühlen wir uns viel besser mit. Gut, okay. Dann spekuliere ich jetzt einfach mal. Ich behaupte jetzt einfach mal, und damit liege ich sicher nicht falsch, es kommt vor, dass sie angegriffen werden. Alles andere wäre total unlogisch. Das kommt ja auch im Rest der deutschen Wirtschaft sehr oft vor, sehr oft auch aktenkundig. Man sieht auch, manche Firmen sind immer noch offen wie ein Scheunentor. Haben Sie das Gefühl, die Gefahr wird immer noch teilweise unterschätzt in Deutschland oder nimmt das Bewusstsein langsam zu? Also ich glaube, was wir gerade in Deutschland sehen, ist, dass es bei vielen viel besser gelingt, auch mobil und digital zu arbeiten, als ursprünglich angenommen. Wir sind ja ein bisschen skeptisch in Deutschland mit digitalen Technologien und teilweise modernen Arbeitsformen. Und ich glaube, der Beweispunkt, dass es auch geht, ist nun gerade angetreten. Ob das immer mit der gleichen Effiziente ist, möchte ich mal dahingestellt lassen. Aber es tut sich so langsam was. Aber im Bereich der IT-Sicherheit stimme ich Ihnen zu. Da muss mehr getan werden. Da kann auch einfach mehr gemacht werden. Das ist gar nicht so kompliziert. Und da sollten auch alle Firmen mehr Wert drauflegen, ihre Kronjuwelen, ihre wichtigsten Themen zu schützen und da auch etwas gegen zu tun. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele Firmen auch die Möglichkeit nutzen werden, einige dieser neu gelernten Dinge weiter beizubehalten. Und dann ist es natürlich ganz besonders wichtig, da schnell nachzuholen. Woher kommen denn die meisten Angriffe jetzt auf die deutsche Wirtschaft? Ist das China, Russland, was ja immer wieder vermutet wird? Oder ist es eigentlich doch die USA oder vielleicht auch einen netten Nachbarstaat aus Europa? Ich kann da nur referenzieren, was das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie jüngst verkündet hat, ist, welche Angriffe gehäuft stattfinden. Denn es finden in der Covid-Zeit gehäufte Angriffe statt. Insbesondere gefälschte E-Mails. Diese Anhänge, diese berühmte CEO-Float, dass man irgendwas tun soll. Dann kriege ich E-Mails, die ich nie geschrieben habe, die an die Finanzabteilung gehen, Geld zu überweisen. Dann gibt es natürlich auch auf Privatpersonen gefälschte Webseiten. Und diese Dinge finden natürlich momentan gehäuft statt. Woher die kommen, das kann ich beim besten Fällen nicht beantworten. Das wissen auch nur die zuständigen Behörden. Jetzt diese E-Mail-Anhänge, das klingt ja relativ, wie soll ich sagen, brachial. Also ich glaube, der Profi-Hacker wird das vielleicht anders machen. Man liest ja oft inzwischen, hackt da gar nicht mehr irgendein Mensch, sondern die künstliche Intelligenz ist unterwegs. Ist es eigentlich heute schon so, dass Roboter hackt Roboter? Oder sind wir noch nicht so weit? Ist das noch Science-Fiction? Naja, die Science-Fiction sagt ja, dass am Ende nur noch Algorithmen miteinander kämpfen. Genau. Wenn man es jetzt ganz schlecht denkt und weiterdenkt. Deswegen ist natürlich künstliche Intelligenz, gerade in der Informationssicherheit, aber überhaupt in der ganzen Technologieentwicklung nach vorne hinaus, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Algorithmen können heute schon viel. Ich glaube, sie machen heute noch nicht alles, aber wir werden sehen, wie das weitergeht. Sicherlich ist das der gleiche Wettlauf, wie vorhin bei den weiteren Sicherungen in den IT-Systemen oder die Banknote und der Fälscher. Es sind immer die gleichen Muster, die dort sind. Und wer ist denn in dieser Thematik, was würden Sie sagen, künstliche Intelligenz, wer sind denn die Besten? Wer ist am weitesten vorne? Wer punktet am meisten Forschungsgelder in diese Bereiche rein? Wie muss man sich so die Geopolitik in diesem Bereich vorstellen? Ja, ich würde vielleicht mal eine Ebene höher beginnen und schauen, wie überhaupt weltweit, das ist eines meiner Hobbythemen, muss ich sagen, Geld für Innovationen und für Forschung und Entwicklung ausgegeben wird. Und wir sehen eigentlich ein paar Muster über die letzten zwei Dekaden, würde ich sagen, die sich in eine ganz starke Veränderung bewegen. Heute geben die USA und China kumuliert ungefähr 50 Prozent des weltweiten Volumens an Forschung, Entwicklung und Innovation aus, in allen Bereichen. Das ist jetzt nicht speziell künstliche Intelligenz, das ist auch Telekommunikation, Automobil, Mobilität und so weiter. In allen Bereichen, 50 Prozent. Wir schauen an, was dann danach kommt. Also Deutschland ist ja unter den Top 5 Innovatoren und F&E-Ausgebern in Anführungsstrichen an Nummer 4, aber die Abstände sind halt riesig. Also der Forecast, also die Voraussage für 2020 bei den USA liegt, wenn man Kaufkraftparität zugrunde legt, bei über 600 Milliarden Dollar. Danach folgt schon China mit 563. China ist in den letzten zehn Jahren jährlich circa 10 Prozent in diesen Ausgaben gewachsen. Das ist immens. Kein anderes Land hat eine so starke Aufbauquote gesehen, wie China das in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Mit weitem Abstand dahinter kommt Japan mit 190. Japan stagniert seit Jahren ungefähr auf diesem Niveau und bewegt sich nicht wirklich hoch und nicht runter. Es gleicht quasi der Wirtschaftsentwicklung Japans. Und Deutschland ist leicht steigend. Auch das ist so ein bisschen das Spiegelbild unserer Wirtschaft. Wir steigen leicht, aber nicht stark genug. Sind aber schon erst bei 130. Das heißt, Deutschland hat circa 5 Prozent des weltweiten F&E- und Innovationsaufkommens. China und USA 50 Prozent. Europa kommt kumuliert auf circa 500 Milliarden, ist also die einzige Region, die überhaupt noch mithalten kann. Oder im Umkehrschluss, ich gehe mal einen Schritt weiter, eigentlich gibt es nur USA, China und Europa. Der Rest fällt dramatisch ab. So, damit ist auch klar, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wo geht das meiste Geld in künstliche Intelligenz, in fortgeschrittene Technologien? Und fortgeschrittene Technologien gehen eigentlich auf vier Sektoren. Das ist Computer, Elektronik, Internet, Mobilität und das ganze Thema Gesundheit, Gesundheitswesen. Und diese vier Sektoren stellen quasi 80 Prozent der gesamten Forschungs- und Entwicklungsausgaben dar und Innovationsausgaben. Wenn man diese Cluster zusammenbringt, ist es klar, dass Deutschland immer noch in einer Position ist, wo es mithalten kann. Aber es braucht Verbündete und es muss mehr investieren. Der zweite Punkt ist, was bleibt nach USA und China weltweit noch über? Und wie bilden sich Koalitionen, dass diese beiden nicht zu dominant werden, die heute ja schon ohnehin sehr, sehr dominant sind? Das klingt ja eigentlich gar nicht jetzt so pessimistisch. Also jetzt auf Europa bezogen, würden Sie sagen, noch kann man mithalten? Würden Sie sagen, noch. Aber man verliert am Boden, aber noch kann man mithalten? Ja, ich würde es vielleicht sogar noch umgekehrt machen. Also wer kann nicht mehr mithalten? Also es gibt viele Regionen dieser Welt, die nicht mehr mithalten können und die digitale Kolonien werden. Und um diese digitalen Kolonien, wäre meine These, wird es auch zukünftig einen Kampf geben. Weil es ist schwierig, mit 2, sowieso Prozent weltweit Forschung und Entwicklung für Lateinamerika nur annähernd mitzuhalten. Auch Afrika, die knapp 1 Prozent dieser ganzen Volumina haben. Oder der Mittlere Osten, auch 2, 2,5 Prozent. Das wird ganz schwierig für diese Regionen. Und damit ist natürlich für Deutschland und auch für Europa die Frage, was setzt man dem entgegen? Wir haben nämlich gegenüber China und USA doch einen kleinen Nachteil. Wir brauchen etwas zu lange, um uns zu formulieren. Das ist, würde ich sagen, der Punkt, der in der Geschwindigkeit der Technologieentwicklung nicht ein Vorteil ist, sondern eher ein Nachteil ist. Also das ist die pessimistische Seite der Aussage. Ich sehe schon. Also wir sind immer noch zu langsam, böse Beziehungen würden gegenüber China behaupten, einfach zu demokratisch. Die diskutieren endlos, bevor sie etwas machen. Wo sind denn wir jetzt konkret in Deutschland, wo ist denn Deutschland noch fähig, zum Beispiel vor dem Silicon Valley zu liegen? Oder viele gucken ja dauernd rüber und jammern so ein bisschen rum. Wir haben kein Google, das haben wir verpasst im Silicon Valley, haben jetzt eigentlich alles abgeräumt. Ist das wirklich so? Ist das Silicon Valley und diese Firmen, die uns in allen Belangen, haben die uns überholt? Oder gibt es noch Sektoren, wo man noch sagt, nee, da sind die Deutschen und die Europäer schon noch auf Augenhöhe oder sogar besser? Ich würde auch hier gerne nochmal eine eben höher gehen. Was sind so die Muster, wo beispielsweise die USA sehr stark sind? Die USA ist sehr stark in Disruption. Einfach eben kreieren und schaffen von neuen Geschäftsmodellen. Also das, was große Firmen geschafft haben aus dem Silicon Valley über die letzten zwei Dekaden, war ja sehr einzigartig. Also man hat wirklich digitale Fabriken gebaut und anders kann man das gar nicht bezeichnen, die heute weltumspannend sind. Wo man gut aufgebaut hat, war natürlich die Basis für diese digitalen Fabriken, nämlich die Cloud-Infrastrukturen, dass diese ganzen Datenzentren gebaut wird, ebenso mitzubauen. Und das ist natürlich ein Feld, das Europa nicht geschafft hat zu meistern. Deswegen geht es aus meiner Sicht für Europa gar nicht darum, das jetzt alles nachzubauen. Da sind wir eh hinterher, sondern den nächsten Schritt zu denken. Denn wenn wir jetzt darauf setzen, das alles nachzubauen, müssten wir wahnsinnig viel investieren, nur um es zu kopieren. Das ist nämlich nicht die Stärke der Europäer, es zu kopieren, sondern die Stärke der Europäer ist eher, es anders zu denken. Und dann würden wir statt jetzt nochmal in bestimmte Technologiebereiche rein zu investieren, nicht mehr in Cloud, also zentralisierte Infrastrukturen investieren, sondern in dezentrale, nämlich das Edge-Computing. Das ist ja genau der Gegenpol von den Cloud-Infrastrukturen. Also das heißt vor Ort in der Fabrik? Genau, mehr am Rande der Peripherie, da auch die Datenverarbeitung zu machen, da die KI anzuwenden. Und da haben wir auch gute Chancen. Das ist nämlich noch nicht weg, dieses Feld. Aber wir müssen schauen, dass wir den Schritt vorwärts denken. Das ist ja eigentlich auch die Aufgabe von jedem Unternehmen. Wie komme ich aus dem, wo ich heute bin, eigentlich auf den übernächsten Schritt und nicht nur auf den nächsten Schritt. Und der übernächste Schritt bedingt ja eigentlich, okay, lasse ich vielleicht den nächsten aus? Kopiere ich jetzt noch das, was mein Wettbewerber macht? Oder versuche ich eigentlich links zu überholen? Aber Sie haben es ja jetzt gerade erwähnt, das Ganze ist so ein Rennen und es ist ein teures Rennen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, als Mittelständler, ich meine, Sie sind nicht klein, aber Sie sind jetzt auch kein Google. Wie wollen Sie denn damit überhaupt mithalten können, diesen Vorsprung zu halten? Das ist doch eigentlich in Ihrer Grössenordnung unmöglich. Und zudem haben Sie auch nicht unendlich Geld, um die entsprechenden Nerds zu bezahlen, die Ihnen dann die tollen Sachen entwickeln. Ist man als Mittelständler nicht zum Untergang verdammt irgendwann mal? Also das würde ich jetzt nicht so pessimistisch sehen, das sehe ich eher optimistisch. Ich glaube, als Mittelständler, als mittelgrosses Unternehmen, muss man sich genau auf die Felder konzentrieren, wo die Chancen liegen. Nicht jeder Markt ist nur ein grosser Markt. Also wenn Sie zum Beispiel das Thema Cloud-Infrastruktur nehmen, natürlich brauchen Sie da große Unternehmen, die massiv Geld und Investitionsmittel haben, um die auch einsetzen zu können. Aber es gibt Segmente, nehmen wir den Bereich Bezahlen, des digitalen Bezahlens in den Infrastrukturen. Natürlich gibt es da auch Riesen, wie beispielsweise Visa oder Mastercard. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Ecke des Bezahlens, nicht auf der Seite der Herausgeber von Karten, den sogenannten Ischewon. Auf der Seite des sogenannten Merchant Acquirings, also da, wo der Handel involviert ist. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten und eine Vielzahl von Chancen, die auch Unternehmen wie Gieser und Devrient einen Marktzugang und auch neue Lösungen erlauben. Und ich glaube, diese Fokussierung, die Marktchancen zu suchen, wo man mit Spezialisierung trotzdem eine bestimmte Skalierung erreicht, die gibt es. Und diese Märkte muss man finden und suchen. Und ich glaube, darin liegt auch das Wohl und Heil vieler meiner Kollegen, die ähnlich große Unternehmen leiten. Weil sonst kommt man da auch nicht voran. Und uns jetzt mit Google und Apple zu vergleichen, das würde ich beileibe überhaupt gar nicht tun. Das sind auch nicht die Märkte, auf die wir fokussieren. Natürlich hätten wir dafür auch nicht die Mittel. Aber es gibt genügend Chancen, auch in der digitalen Welt, für Unternehmen wie Gieser und Devrient. Genau deswegen gehen wir ja auch da rein. Sie haben es ja vorher schon erwähnt, am Schluss, oder es sind vor allem die beiden Blöcke, USA und China, die den Ton angeben, mit dieser ganzen Technologie-Rennen, eigentlich schon in diesem Technologie-Krieg. Wir erleben ja gerade so die Eskalation eines brandgefährlichen Konflikts zwischen den USA und China. Leute reden schon vom neuen Kalten Krieg. Manche nennen es jetzt Decoupling, ausgehend von den USA. Also will man sich entflechten von China und zwei Welten schaffen. Der Huawei-Boykott ist das prominenteste Beispiel, aber da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele. Sie müssten es doch eigentlich wissen, wie gefährlich ist Huawei? Ist 5G wirklich ein Sicherheitsrisiko? Ich kann jetzt auch nicht in die Huawei-Technologie reinschauen, aber ich würde es vielleicht so beantworten. Ich glaube, wenn wir beispielsweise 5G-Technologie auch in Deutschland installieren, dann ist es erstmal völlig unabhängig von dem Hersteller von Basiskomponenten für die 5G-Infrastruktur, dass wir eine sichere Referenzarchitektur brauchen, um 5G in Deutschland zu installieren. 5G ist ja nicht mehr für den Konsumenten, also dass wir beide uns vielleicht WhatsApp oder ein paar andere Sachen zuschicken können, sondern es geht darum, dass wir Fabriken anschließen können. Also es ist sozusagen das Nervensystem eines Landes. Natürlich müssen wir sicherstellen, dass dieses Nervensystem sicher ist und dass es nicht angegriffen wird und dass es nicht kompromittiert werden kann und auch jederzeit funktionsfähig ist. Und diese Architektur besteht nicht nur aus Netzwerkkomponenten, sondern es besteht aus Netzwerkkomponenten, aus der Konfiguration, auf den draufliegenden Applikationen. Und da gibt es eine Vielzahl von Mitspielern, die in diesem System drin sind. Das ist sehr komplex. Und diese Referenzarchitektur ist das A und O, die bestimmt, ob das Thema sicher ist oder auch nicht. Momentan geht die Diskussion sehr, sehr stark auf die Netzwerkkomponenten, die ich jetzt nicht alle im Detail beurteilen kann. Aber was ich sagen kann, ist, dass wenn wir eine sichere Referenzarchitektur hätten, dann ist im Kern der Einsatz von Technologien auf jedweder Ebene mit unterschiedlichen Herstellern möglich. Die Möglichkeit schließt nicht aus, dass bestimmte Mitspieler in diesem System vielleicht andere Absichten haben. Das muss man natürlich vorher durch die entsprechenden Qualifikationen sicherstellen. In diesem Zusammenhang stellt sich mir dann so eine grundsätzliche Frage. Die digitale Souveränität von Deutschland, ist die noch existent oder nicht? Entscheidende technischen Komponenten, die möglicherweise mit irgendwelchen Backdoors infiziert sind, liefert ja fast nur noch China. Wir haben auch hier recherchiert bei der Wirtschaftswoche und gesehen, dass ganz viele Komponenten kriegst du in Deutschland sowieso nicht mehr, teilweise auch gar nicht mehr in Europa. Ist das ein Thema, ist das ein Problem? Ja, also die digitale Souveränität Deutschlands hat natürlich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten sich nicht so entwickelt, wie wir es vielleicht heute gerne hätten. Und da haben wir in bestimmten Technologiebereichen, ein Beispiel ist beispielsweise 5G-Technologien. Da haben wir keine eigene Kernkompetenz. Das ist Fakt. Da gibt es drei Unternehmen weltweit, die das Thema machen und keins davon kommt aus Deutschland. Aber ich würde ein ähnliches Prinzip im Denken ansetzen, wie bei dem Thema, worauf man sich als Unternehmen oder als Land oder als Industriecluster auch fokussiert. Wenn wir jetzt beginnen wollen, massiv in 5G zu investieren, in eigene Technologieforschung, dann geben wir Geld aus für Themen, die heute zwar noch nicht reif sind, aber wir laufen Jahre hinterher. Wir müssten jetzt beginnen zu investieren in 6G. Jede zehn Jahre ist eine G dazugekommen von 1G bis 5G. Es geht quasi fünf Jahrzehnte zurück. Vielleicht hält 5G ein bisschen länger. Aber jetzt das Rennen zu beginnen, um bestimmte Technologiebereiche aufzuholen, ist Investition in existierende Technologien. Das wäre aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist aber trotzdem, Deutschland souveräner zu machen, beim Einsatz von Technologien und eigenes Know-how auf jeden Fall aufzubauen. Sind wir zu abhängig von China? Ist zum Beispiel Ihr Unternehmen auch so ein bisschen am Fliegenfänger von China? Also ohne China könnten Sie teilweise Sachen gar nicht mehr herstellen? Nein, wir haben uns da nie so darauf eingelassen. Beispielsweise stellen wir ja auch in einem bestimmten Produktsegment Systeme her, mit denen die Zentralbanken dieser Welt die Echtheit und die Sicherheit von Geld prüfen. Und die Elektronik, die heute ja zu großen Teilen aus China kommt, haben wir immer selber entwickelt. Denn wir wollten selber die Hoheit über diese Elektronik haben, die ja im Wesentlichen hinterher die Algorithmen bestimmt, mit der das System gesteuert wird. Und damit auch die Prüfung von sensiblen Dingen, wie beispielsweise Bargeld oder Transaktionen macht. Und deswegen haben wir uns bei bestimmten Technologiekomponenten nicht darauf verlassen. Viele Zulieferteile im Gegenzug, natürlich kommen die aus China. Das wäre auch unrealistisch zu behaupten, dass man da nicht Zulieferketten hätte, die auch in China sind. Aber wir haben versucht, immer bei den Sicherheitskomponenten, bei Kryptotechnologie, bei Algorithmen und so weiter, immer diese Kern-Know-how und dieses Kernfähigkeitsmuster in Deutschland zu halten. Und deswegen ist unsere Spitzenforschung auch immer in Deutschland geblieben. Zentralbanken ist ein gutes Stichwort. Die Auseinandersetzung zwischen China und den USA spielt sich auf vielen Ebenen ab. Und neuerdings auch bei einem Thema digitales Zentralbankgeld. Peking träumt jetzt den Traum vom Ehren-Mimbi als Weltreserve-Währung und Ablösung des Dollars. Für wie realistisch halten Sie das? Und ist es eigentlich ein Geschäftswert für Sie? Also ich beginne mit der letzten Frage. Ja, wir investieren gerade in die Entwicklung von Technologien, die digitales Bargeld ermöglichen. Also das heisst immer Central Bank Digital Currency. Ich finde diesen Begriff sehr sperrig. Deswegen sagen wir bei uns im Moment dann nur noch digitales Bargeld, weil es quasi der Counterpart ist zum physischen Bargeld. Im Moment ist es noch ein frühes Stadium, aber erst mal hat China begonnen bereits im Jahr 2014 daran Tätigkeiten zu machen und macht auch große Fortschritte, hat auch jüngst verkündet, dass es die ersten größeren Tests fährt. Man fokussiert sich momentan auf eine Variante, die sehr stark auf den Handel abzielt. Aber es ist einmal eine Variante und man versucht, bestimmte Dinge auszuprobieren. Im Moment ist das in der westlichen Welt, also Europa und Nordamerika, eher auf die sogenannten Cryptocurrencies fokussiert. Also die frei verfügbaren, nicht regulierten, quasi Währungen mit Bezahlfunktionen, die eigentlich eher ein Investitionsobjekt sind, die spekulativ sind, die nicht wirklich berechenbar sind. Und ich glaube, dass die westliche Welt nicht gut beraten ist, das als beste Antwort zu geben auf die Digitalisierung im Finanz- und Bankenbereich. Also ich glaube, da müssen wir schon etwas mehr zulegen. Genau deswegen entwickeln wir auch diese Technologien und sind dort auch mit vielen Zentralbanken weltweit im Gespräch, wie solche Technologien Einsatz finden können. Und da sind wahnsinnig viele Themen, die noch zu klären sind. Die sind auch nicht alle transparent in China, muss ich sagen, weil das nicht ganz klar ist, welche Technologie dahinter steht und was die letztliche Intention ist. Also auch hier bauen sich ja bestimmte Theorien auf, was man damit möchte. Aber was man erreichen kann, und das wären die Vorteile eines sogenannten digitalen Bargelds, ist natürlich, dass die Prozesse viel schneller laufen könnte. Dass man rein theoretisch auch das Ganze der zwischengeschaltete Bezahlwesen deutlich verkürzen könnte, dass Transaktionen, die wir beide machen, sehr viel schneller auf den Konten ankommen. Es gibt aber auch Gegenpole, auf die man achten muss. Denn wie kann das Ganze hinterher so kontrolliert werden, dass es nicht zum Schaden des Verbrauchers ist? Weil man könnte natürlich über ein solches Instrument auch negative Zinsen quasi in das System einspielen, ohne dass man da etwas tun kann. Also diese ganzen Aspekte werden natürlich gerade in Europa sehr intensiv diskutiert. Und ich glaube, dass das auch richtig ist, das zu diskutieren. Denn sonst wird es ein Mittel und ein Bestandteil von Dingen, wo wir sagen, da würden wir uns wahrscheinlich auch etwas unwohl fühlen, wenn das dann so auf uns herabprasselt. Ja, genau. Also Sie haben es vorher schon angetönt, es gibt da Theorien. Ich glaube, es ist ja teilweise relativ offensichtlich, was die Chinesen da vorhaben. Sie wollen natürlich auch die Bürger lückenlos überwachen. Und in Europa gibt es, wie Sie schon richtig angesprochen haben, gibt es natürlich diese Befürchtung, dass dann negativ zinsverliebte Notenbanker ohne Bargeld dann den Durchgriff haben aufs Konto. Daher kommt übrigens auch die Verschwörungstheorie, unser Einstiegsthema. Mit Corona hat man extra in die Welt gesetzt, um das Bargeld abzuschaffen, damit man dann den Bürgern einen Negativzins aufdrücken kann auf dem Konto. Aber all das zusammen, diese ganze Überwachungsgeschichte der Chinesen und so, das ist ja diese Negativzinsüberlegung, spricht ja nicht fürs Bargeld, oder? Dass es noch so lange eine rosige Zukunft hat, wie Sie das am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben. Nun, also ich glaube, da gibt es zwei. Wenn ich noch ein Wort zum digitalen Bargeld sagen kann, wenn Sie Länder sehen, wie beispielsweise die afrikanischen Staaten, dann ist ja heute das Problem, dass bei den Menschen oft nicht das ankommt, was die Regierung und auch die Zentralbanken vorsieht. Eine digitale Währung kann natürlich auch ein befreiendes Instrument sein, dass Hilfen dort ankommen, wo sie hin müssen. Und zwar auch durch ein digitales Bargeld. Und gleichermaßen müssen wir sehen, ich bleibe beim gleichen Kontinent, dass heute die digitalen Infrastrukturen nicht so ausgeprägt sind, dass man sich allein nicht drauf verlassen kann. und aus meiner ganz persönlichen Sicht auch nicht sollte. Also wir müssen uns insgesamt einmal vorstellen, ob es nur in Afrika ist oder auch in Europa ist. Wenn der digitale Stecker einmal gezogen wird und nichts anderes mehr funktioniert, ich glaube, wir werden froh sein, dass es noch etwas gibt, auf das wir zurückgreifen können. Deswegen glaube ich, dass es zu früh ist, vom Bargeld Abschied zu nehmen und dass wir ein System bräuchten, auf das wir immer zurückgreifen können, das immer robust ist, auch in Krisensituationen. Und wir sehen jetzt auch wieder in der Corona-Krise, dass trotz eines starken Shifts, und der findet natürlich statt, und ich darf das auch so neutral sagen, wir sind natürlich in allen Bereichen des Bezahlens tätig, beim Bargeld, aber auch elektronisch und auch digital. Deswegen sehen wir ja diese Bewegung, dass das Bargeld eben halt nicht runterfällt, dass die Leute trotzdem noch etwas Haptisches haben wollen. Dass aber auch in Deutschland natürlich jetzt ein höheres Zutrauen zu elektronisch und digital kommt. Das heißt, beides hat schon eine gewisse Koexistenz und das eine schließt das andere nicht aus. Das ist immer so das Ausschlussprinzip. Das Erste, was gesagt wird, ja, wenn das kommt, dann fällt das weg. Also noch sehe ich es nicht. Über die lange Frist kann es natürlich sein, dass digitales Bargeld, vielleicht auch mal das physische Bargeld, ablöst. Aber ich glaube, es wird noch dauern. Und B, wir sollten uns auch gut überlegen, ob wir das wirklich alle wollen. Unabhängig von G und D. Also die Argumentation des Notfallsystems, wenn der Stecker zieht, dann hat man noch ein analoges Bargeld. Kann ich nachvollziehen, aber ein Notfallsystem hat ja keine Wachstumsfantasie. Wenn ich mir jetzt diese Pandemie angucke, auch ich persönlich, wie habe ich mich in den letzten Wochen verhalten? Ich bin ja wirklich ein Bargeldfreund irgendwie, aber ich habe fast nur noch mit Karte bezahlt. Und wenn dieses krisenbedingte Horten, das es natürlich gibt, das vielleicht jetzt in anderen Ländern noch ausgeprägter ist, wenn das mal vorbei ist, ist ja die Disruption voll im Gang in diesem Bereich, oder? Ich glaube, da müssen auch Sie sich vorbauen, oder? Also Herr Weizli, ganz klar, also da sind wir auch nicht naiv. Natürlich schauen wir das ganz, ganz genau an. Wir haben eine Meinung, wie man zum Thema stehen kann. Aber natürlich schauen wir ganz genau darauf an, wie sich die Bedarfe entwickeln. Und natürlich sind wir ganz intern darauf eingestellt, auch unsere Bereiche zu kannibalisieren. Also wenn es darauf ankommt, und deswegen entwickeln wir ja in Technologien für das digitale Bargeld, falls die Nachfrage nach dem physischen Bargeld zurückgeht und wir dort auch weniger quasi machen können, dann brauchen wir natürlich Alternativen als Unternehmen. Solche Dinge haben wir ja schon mal gemacht. Wir haben ja die physische SIM-Karte und wir waren ja die Ersten, die das entwickelt haben mit der sogenannten E-SIM, die ja kein physisches Stück Plastik mehr braucht, das man verschicken muss über komplizierte Logistikwege. Auch da haben wir gesagt, wir kannibalisieren unser eigenes Geschäft und gehen in diese Technologien rein. Wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Und das ist hier in der Einstellung ganz genauso. Wir müssen uns selber in Frage stellen und im Zweifelsfall auch unsere Produkte kannibalisieren. Da dürfen wir nicht naiv sein. Deswegen hoffe ich auch, dass die Kollegen in unseren Vorstandssitzungen, dass wir eine heftige Debatte haben und dass sie nicht mit meiner alten Vergangenheit dann einholen. Das heisst aber, Giesecke und Evrient wird in den nächsten Jahren noch mal vor einem grossen Umbau stehen. Das ist ja fast nicht zu vermeiden bei so einer fundamentalen Disruption. Letzte Frage. Ich werde ja dauernd gefragt als Chefredakteur, wann wird denn die letzte Printzeitung gedruckt? Jetzt kann ich endlich mal jemandem anders eine ähnliche Frage stellen. Wann wird denn die letzte Banknote gedruckt, Herr Wintergerst? Also da wir ja kontinuierlich unser Unternehmen immer wieder aufbauen, renovieren, ich würde mal sagen, das dauert noch einiges. Es wird jenseits 2030 sein. Okay, gut. Dann reden wir dann noch mal. Weiter traue ich mich nicht in die Zukunft. Herr Wintergerst, dann reden wir noch mal. 2030, wie es eigentlich steht um die Banknoten. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Das war super spannend. Und hoffentlich bis bald wieder mal. Hoffentlich bis bald. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie haben Sie den Podcast gerade gefunden? Fürchterlich langweilig oder total inspirierend? Was auch immer Ihre Meinung zu dem Wirtschaftswoche Podcast ist und vor allem zum Chefgespräch? Das interessiert uns. Wir wollen uns verbessern und wir hören natürlich auch gerne Lob. Ich würde mich freuen, wenn Sie an der Studie zu unserem Podcast teilnehmen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anmerkungen sind sehr gern gesehen, damit wir Ihnen noch bessere Podcasts liefern können. Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.